Therapeuten am Limit. Mit dieser beunruhigenden Botschaft kam die Fahrradkarawane von angehenden Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Diätassistenten, Podologen sowie Atem-, Sprech- und Stimmlehrern am 3. Juni nach Schwerin. Im Gepäck dennoch im März 2018 verfasste Brandbriefe an die Politik. In mehreren Bundesländern dürfen die Auszubildenden in diesen Berufen immer noch keine Schulgeldfreiheit genießen. In Mecklenburg-Vorpommern auch. An sich ein Skandal, meinen die betroffenen Azubis. Also in Hamburg hat das Land bereits jetzt die ganzen Schulkosten übernommen und es ist bereits jetzt so, dass sie unglaublich viele Anmeldungen haben und gar nicht so viele Schüler aufnehmen können. Das heißt, alle Schüler, die hier in Mecklenburg-Vorpommern sind, die machen natürlich jetzt ihre Ausbildung lieber in Hamburg, wo sie kein Schulgeld bezahlen müssen. Nicht, dass bundesweit gar keine Schulgeldfinanzierungsmodelle vorhanden sind. In einigen Ländern können bis zu 75 Prozent der Kosten übernommen werden, allerdings ohne Rechtsanspruch. Fakt ist, überall müssen die Eltern tief in die Tasche greifen. Die Bildungsträger ihrerseits sind auch auf Dauer verunsichert. Die Finanzierung kann bei den Schülern plötzlich mitten in der Ausbildung ausfallen. Die Politik hat das Problem grundsätzlich viel zu spät erkannt, meinen die Demonstranten. Offensichtlich hat der Landtag die Pflege im Blick gehabt. Dort haben wir ab nächstem Jahr die Schulgeldfreiheit. Aber die Therapeuten sind sozusagen ein bisschen aus dem Blick geraten. Das ist nicht gut. Ich nehme an, dass diese Demonstration heute Anlass sein wird, für die Fraktionen Initiativen auch im Landtag zu ergreifen und das neu auf die Tagesordnung zu setzen. 2017 wurde die einheitliche Schulgeldfreiheit von der Bundesregierung beschlossen. Bis heute wurde diese lediglich in Hamburg, Schleswig-Holstein und im Saarland komplett umgesetzt. Ganze acht Bundesländer, von Mecklenburg-Vorpommern im Norden bis nach Baden-Württemberg im Süden, haben noch gar keine. Die Folge ein flächendeckender Nachwuchsmangel und rasant steigende Wartezeiten für Patienten in Therapiepraxen. Eine Lösung muss dringend her. Wir haben ja seit vielen Jahren Schulgeld leider. Jetzt gibt es im Bund die Verabredung zwischen Union und SPD, dass das Schulgeld abgeschafft werden soll. Für die Pflegeberufe machen wir das jetzt. Wir ziehen es auch ein Jahr vor. Das beginnt jetzt im Schuljahr 2019, 2020. Und jetzt geht es darum, das für die anderen Gesundheitsberufe auch zu vollziehen. Und das muss halt auch solide finanziert werden. Und da sind wir jetzt dabei, das vorzubereiten. Wir sind uns einig im Ziel. Schulgeldfreiheit wird kommen. Und jetzt müssen wir darüber diskutieren, wann der genaue Termin ist. Und wenn es an mir geht, so schnell wie möglich. Die Patientenversorgung in Deutschland ist ernsthaft gefährdet. Diese Botschaft wollen die Aktionsteilnehmer auf zwei Rädern überbringen. Nach den Stationen in Wiesbaden, Frankfurt, Schwerin und Magdeburg zog die Karawane am 6. Juni weiter nach Berlin.